Auftrittsverbot von Björn Höcke. Durch vorbildliche Demokraten, die Jena stürmen und die Polizei macht nichts. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, sie haben doch friedlich demonstriert, das war ganz friedlich, da hat niemand gestürmt, das sieht nicht nach Stürmen aus, das war kein Stürmen. Und dann muss ich sagen, ich habe das jetzt gerade eben eins zu eins verglichen mit dem Sturm auf die Habeck-Fähre und das passt genau. Jena wurde genauso wie die Habeck-Fähre gestürmt, beziehungsweise da gab es ja nur den Versuch des Stürmens. Der Fährmann hat ja in letzter Sekunde atemberaubend Schlimmstes verhindert. Aber Presse und selbsternannte Demokraten waren sich bei einer Sache sicher, rechtlich, es wurde gestürmt, ich habe es genau gesehen, es waren rechte braune Parteilinger, die stürmten die Habeck-Fähre, das war grauenvoll mit anzusehen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass bei einem anderen Höcke auftritt, weil die Polizei die linken Gegendemonstranten nicht im Zaum halten wollte und Höcke sich deswegen bei der nächstgelegenen Polizeiwache beschweren wollte über die Faulheit der Polizei mit weiteren 1000 Demonstranten, die dann hinter ihm stehen, Ja, da wurde auch gesagt, Höcke droht damit, die Polizei zu stürmen. Und naja, in Jena sollen es ja 2000, sogar bis 3000 Leute da gewesen sein, also es muss ja eindeutig ein Sturm gewesen sein von Jena. Aber nö, ist einfach nur ein Verhindern eines Höcke-Auftritts, war angeblich alles friedlich, nur am Rande war es ein kleines Problemchen. Wo zum Beispiel der Stern schreibt, Tumult in Jena, Björn Höckes Auto soll in Gegendemo gefahren sein. Schon absurd, oder? Der Höcke soll also versucht haben, Demonstranten umzufahren. Ja, die Presse versucht hier eine Straftat zu konstruieren, die es nicht gab. Denn die eigentliche Straftat stammt ja von den Demonstranten. Die haben eine verbotene Sitzblockade gemacht, sich geweigert, die aufzulösen und sich so gewehrt beim Weghucken von der Polizei, dass es halt zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. Im Nachhinein beschweren sich die Veranstalter von der Demonstration in Jena auch noch über die Polizei, da sei es mal wieder zu Polizeigewalt gekommen. Ja, nee, ist klar. Aber das Sahnehäubchen der Beklopptheit kriegt der Chef der Jusos. Und zwar Philipp Türmer. Das ist sozusagen die noch beklopptere Version von Kevin Kühnert. Und Kevin Kühnert ist schon die bekloppte Version von Kevin Kühnert. Jedenfalls hat der behauptet, dass Höcke mit seinen Personenschützern und der Polizei versucht hat, durch die Demonstration durchzubrechen, durchzufahren. Äh, nein, hat er nicht. Aber schon lustig, dass hier Straftatenbegehr der Polizei unterstellen, eine Straftat durchgeführt zu haben. Aber Kriminelle halten sich ja immer für unschuldig, obwohl sie eigentlich in Knast gehören. Und ja, Sitzblockaden waren auf dieser Demo verboten. Und abgesehen davon, da steht auch noch was Bestimmtes im Grundgesetz. Ja, ihr Abziehbildchen von einem Demokraten habt freie Wahlen verhindert. Das Verhindern von Auftritten von Politikern ist das Verhindern von freien und gleichen Wahlen. Sprich, die SPD oder die Jugend der SPD kämpft hier nachweislich gegen das Grundgesetz und möchte es abschaffen. Ja, das freie demokratische Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland ist der SPD ein Dorn im Auge. Und nicht nur das, man ist eigentlich auch grundsätzlich gegen das Gesetz. Denn der Gaga-Obermovdi von den Jusos meinte tatsächlich in einem Interview mit der Welt, Es ist ja nicht die Aufgabe der Demonstranten, das Versammlungsrecht für Björn Höcke durchzusetzen. Äh, doch ist es. Das Ganze ist eine riesengroße Straftat. Wir haben es hier also mit eindeutig nachweislich belegbaren Kriminellen zu tun. Und die Polizei macht einfach gar nichts. Beziehungsweise machen mehr oder weniger das Nötigste. Und der Juso-Chef ist auch noch so dreist und unterstellt der Polizei eine Zusammenarbeit mit Höcke. Ja, wenn die Polizei Recht und Ordnung durchsetzen will, dann ist das in den Augen der Juso-SPD eine Straftat. Während das eigene Handeln, was gegen mehrere Gesetze verstößt, das ist völlig in Ordnung. Das ist, äh, das ist Demokratie. Ja, die Demokraten von heute, die sagen sich, wir müssen uns ja nicht ans Gesetz halten, weil wir sind ja die Demokratie und wir bestimmen, was richtig und falsch ist. An die Demokratie müssen sich nur die halten, die wir als die Feinde ausgemacht haben. Wir selber, uns kann das Gesetz egal sein. Und naja, dass diese ach so friedlichen Demonstranten versucht haben, durch Polizeisperrung durchzubrechen. Ja, der Polizeisprecher gibt das als Durchbrechen an. Das juckt die Presse nicht so stark, da will man jetzt eher nicht so drüber diskutieren, weil das war ja eine friedliche Demo, eine sehr friedliche Demo. Na jedenfalls, auch wenn eigentlich mein Titel mit dem Stürmen übertrieben ist, äh, es stimmt tatsächlich. Nicht nur im ironischen Sinne, wenn man das Ganze vergleicht mit eben anderen Titeln der Presse bei anderen Vorfällen. In diesem Sinne stürmen die rot und grün lackierten Braunhemden, ist man als echter Demokrat einer von den Staunenden.